Naja gut, damit müssen wir irgendwie uns arrangieren. Genauso wie wir bei Truppen nachbilden sollten. Für dich. Für dich und für dich. So. So, das sollte erstmal an Truppen reichen. So, wir haben hier eine neue Bauhütte. Die können wir auch natürlich gleich ausbauen. So. So. Kann ja eigentlich auch nicht so schwer sein, so ein großes, rotes Ziegelgebäude zu übersehen. Hier gibt's auf jeden Fall viel Kohle, ey. Wahrscheinlich irgendwann unsere Köhler nicht mehr brauchen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Was ich jetzt auf jeden Fall machen kann, ist meine gehobenen Wohnhäuser, die ich noch habe, wassabon? Ja. 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 Da ist nur der okkulte Tempel. Hier unten waren mal wohl Fische. Und ich glaube, er hat auch keine Kanonengießerei. Hier irgendwo versteckt. Nein. Und in seinem Hauptquartier bringt's auch nichts, da noch eine zu haben. Oh, hier gibt's nochmal Fisch. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten. Ja. 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 So, die Ausbesserungen an den beiden sind abgeschlossen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Schön für ihn. Und da habe ich in irgendeinem der Sektoren hier doch eine Kanonengießerei und ich sehe sie nur nicht, weil ich blind bin. Ne, das hier ist ein Minisektor. Also einfach nur so ein Verteidigungssektor. Erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Den wir einfach mal zur Sicherheit auch reparieren könnten. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. So, da kommt jetzt die größte Sache. Eigentlich erst, wenn alles andere fertig ist. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Schön für ihn. Wir machen mittlerweile so viele Klamotten, ey. Könnte mal wieder welche verkaufen. Das ist das Maximum. Wir machen jetzt auf einer Neuung. Dusflüssz. Euer Gebäude. Beuterausbau fertiggestellt. Ja, da kommt als nächstes der große Ausbau aller Lagerhäuser. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, jetzt kann ich die Lagerhäuser langsam mal in Auftrag geben. Dich ausbauen, dich ausbauen, dich ausbauen. Du bist ausgebaut, aber dich und dich ausbauen. Du bist Maximum, okay. Dich und dich ausbauen. Dich habe ich schon. Du bist auf Maximum. Ich kann hier noch ein Zwischenlager. Und hier vielleicht noch ein Lager ausbauen. Dich ausbauen. Dich ausbauen. Dich ausbauen. Der Midspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Jetzt hatten wir es doch verfolgt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Okay, zwei Fugen mehr. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, und die Hauptlager hier dann auf Maximum. Und da brauchen wir auch noch mehr Truppen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Und vielleicht sollten wir dann doch noch den vierten General anheuern. Hier kann ich schon mal neun und sechs in Auftrag geben. Wenn ich dann die Karte holen muss. Damit mir der andere sie nicht wegschnappen kann. Gebäudeausbau fertiggestellt. Der hat jetzt glaube ich... Ah ja, okay. Die paar Sachen hier hat er nicht. Gewollt. Oh, er lungert auch auf das da oben. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Den fehlt Gold. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Untertitel. Auszubilden. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, da kommen dann hoffentlich die letzten Händler, die ich dann brauche später. Da kommt Tropy. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Achso, ja, das letzte bisschen Prestige, das kann ich, was ich bräuchte noch, kann ich mir auch hier holen. Steine habe ich ja jetzt genug. Und mehr kann ich halt grad wirklich nicht, weil die Kasane ist gesperrt. Könnte jetzt also theoretisch dich ausbauen. Auch wenn das nicht viel bringt, aber es macht Spaß. Oh, ich hatte einen Hausierer zu viel. Ich kann die leider nicht entlassen. Gut, ich würde aber sagen, an dieser Stelle sind noch ein paar Lagerhäuser zum ausbauen, aber das macht nichts. Das speichere ich jetzt erstmal wieder. Also, wir haben es geschafft, da rauszukommen. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Aber jetzt gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Bye.